unglaubliche abzocke gieriges pflegeheim will 300 euro energiegeld für rentner an schwerst pflegebedürftige rentnerin nicht auszahlen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de kurz vor weihnachten habe ich diese mail erreicht der inhalt macht mich wirklich wütend und auch sprachlos ob der dreistigkeit des pflegeheims und aus meiner sicht der gierigen betreiber also der inhalt guten tag meine mutter lebt in einem pflegeheim in vollstationärer unterbringung das pflegeheim weigert sich aktuell die energiepreispauschale in höhe von 300 euro auszuzahlen mit der begründung die rechtsabteilung des trägers müsse noch prüfen ob man diese pauschale an die heim an die heimbewohner auszahlen dürfe meines wissens dürfen weder sozialämter der städte noch pflegeheime dieses geld anrechnen respektive für sich einbehalten ich habe eher das gefühl dass dieser große träger sich an den pauschalen der rentnerinnen und rentner unrechtmäßig bereichern will meine mutti bezieht neben ihrer kleinen rente noch grundsicherung weshalb das amt die restlichen kosten trägt so ungefähr der inhalt der mail der mich heute am 22.12.2022 erreichte also meine damen und herren ist schlichtweg unerträglich was dieses pflegeheim oder der träger des pflegeheims mit der pflegebedürftigen dame da anstellt die 300 euro energiepreispauschale für rentner sind aus meiner sicht sofort auszuzahlen ich habe den kunden auch gesagt er soll bitte hier entsprechende fristen setzen und nach ablauf mit einer entsprechenden klage drohen gegebenenfalls entsprechende beschwerde bei der pflegekasse und dem grundsicherungsamt einlegen welches die kosten auch welches die kosten für die mutter für die pflege mitträgt ansonsten so mein tipp sollte man sich auch noch an das bundesamt für soziales wenden und dort einfach über den träger beschweren gegebenenfalls sollte sich die betroffene einen anwalt fortnehmen und eventuell auch über eine klage nachdenken also frist setzen mit dem datumsende und danach wenn da nichts kommt handeln die 300 euro energiepreispauschale für rentner sind nach dem rente pbg das ist das gesetz für die energiepreispauschale für rentenbeziehende und versorgungsempfänger weder fändbar noch an eine einkommensabhängige sozialleistung anrechenbar das heim darf die 300 euro nicht einfach so behalten es gehört der pflegebedürftigen rentnerin die dort gepflegt wird es geht auch das heim überhaupt nichts an es wäre genau dasselbe als wenn die dame ein lottogewinn macht und das heim behält einfach den lottogewinn ein nur weil es auf das geld weiß auf das konto kommt welches der pflegebedürftigen dame gehört und das heim hier entsprechenden zugriff auf die bankverbindung hat also ich hoffe die pflegebedürftige rentnerin kommt zu einem guten ende und wird dann auch noch ein gesegnetes weihnachtsfest haben näheres zu diesem thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel